ja kohle 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 und vielleicht wollen wir auch irgendwann zaubern irgendwann ich mache jetzt hier immer meine Spitzhacke kaputt meine Eisen eine reis meine Steine coo Amazing Gott dass Uran Da war Uran läuft Wieviel brauchen wir eigentlich für so nen RKW naGR dann habe ich dem RKW gebastelt Ja gut ich hab schon gebastelt Wahrscheinlich Ich kann mir eher denken sehr viel Immer irgendwas falsch gemacht hab er für was brauchen wir das überhaupt als der energie zu fahren AKW New York Newhouse als sozusagen mit Atomkraft zu tun hat das ist so ich dachte es soll mir was zurückgezogen ich hab gedacht ich hab gedacht was ist jetzt los einfach mal was ist das jetzt hier wir haben ich habe sogar ein Koppelbuch sorry ich glaube wir haben jetzt so langsam jedes Eisen oder jeden Rohstoff als Busch ja so circa oh Junge wie viel Uran hier hat eben uns Patti hat sich auch endlich mal ein paar Spitzhaken gemacht ja da ist schon wieder eine Enderperle ey warum droppen wir Enderperlen wie bestreut okay ich muss jetzt irgendwie da runter kommen oder bist du schon da unten ach Schwellen ne da unten warst du noch nicht und ich sehe einfach gar nichts dass du da immer ganz ohne Fackeln durchkommst das verstehe ich gar nicht das ist stumm hm du warst gerade immer so voll stumm auf einmal ja ich mal ja äh äh na lol hier ist mein Mikro so dass du da ohne ohne Fackeln da immer durchkommst ohne ja ich sehe halt eben was hast du da eine Gamma hochgestellt oder was äh was äh ja ja hier war anscheinend schon jemand echt er hat sich irgendjemand mit Cobblestone hochgebaut ja war bei mir aber gerade auch so hat aber trotzdem ihr das einzelne Ohr da gelassen ja eben äh oh die shit wie macht mir das Angst hier schwärzt dann dein Kacksgebett Probar ausgerüstet so komm okay ich hab hier auf jeden Fall Lava sehr schön so hey Creeper mach mir Licht warte Jumper hat da vorhin irgendwie so Energiedinger gemacht wo dinge was wo du so mit Lava füllen musst im Livestream keine Ahnung ich hab sein Livestream geschaut da war ich weiß aber auch nicht wie die heißen irgendwas mit Energie die könntest du die auch nicht in Öfen tun oder so ähm du meinst die äh Energiepalettes oder so oder wie die heißen ja wie heißen sie äh Energiepaneele oder so äh die Dinger füllen mit Lava ich weiß schon was du ich weiß schon was der meint Naja was der meint ey was der meint er weischt die Lava Cells wahrscheinlich ja genau ja äh äh gar keinen Bock mehr Eisen abzubauen oder mh was meinst irgendwann später brauchen wirst dann denkst du lol dann denkst du wie warum hast du nicht abgebaut aber später werden wir eine Query haben da baut sich alles von alleine ab ja gut okay da ist hier gerade irgendwo ein Creeper gestorben ja Gunpowder weiß ich nicht weiß ich nicht jetzt hier ist auch irgendwas mit Cobblestone doch voll angst ne warte hier war doch zum beim Livestream oh Gott bist du weit oben ich bin ganz weit unten ich bin auf Höhe 16 und 41 Alter ja ich sehe den Namen ja ich will zu dir wie bist du runtergekommen einfach immer einfach weiterlaufen da wo fackeln sind ich bin überall fackeln ach ich kann nicht mehr rennen wieder fressen die bescheuerte Alter jetzt nach unten so aber mit den Bären kann man sich auch irgendwie einen Obstkorb sozusagen machen und jetzt sind Prozent heiße geklappt mehr auf jeden Fall oder was mehr mehr Herzen eben er oder kommen das sagt man nicht doch da aber das ist bei mir schießt der Kasse wir haben wir jetzt schon über siehst du nicht so einfach mal gelassen weil ich eigentlich immer durchgehen bis zum Ende und dann von hinten fahren wenn man der Schäden aber ich hätte ich mache immer zu das ist bestimmt irgendwo Tier oder so ja eben aber auch so was aus Wasser weg von Idioten und so vorteil nutzen können die Freude muss gelönt werden warum sammeln ich die Erze nicht auf das macht mir jetzt auch ein bisschen Angst alles ich habe Gold irgendwie leckt der Server extrem oder ich oder das hä du leckst ich kann nicht alles oh lol das geht das geht in das in das Backpack gleich rein ist ja cool oh lol aber du kachsgeleit bockst dich um echt ist null null Dias nur viel Gold ne gerade wo bist du eigentlich lang äh ich bin den anderen Weg lang ah ja ich sehe dich aber über die Hälfte da rumgammeln wahrscheinlich da wo Nacht ist oder? ja Alter bin ich gerade erschrocken wo meine ganzen Ärzte sind warte mal was ich hab ne Schlucht nein ich hab ne Schlucht nein ich hab ne Schlucht oh die Viecher lol ich hab ne Schlucht ja bleib stehen Juni ha macht mir Angst ja jetzt warte Schatz Aua 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 Warum Aua? Ich hab grad über nen Ohr über nen Bärenbusch gehört was brauchen wir eigentlich Kimber Oh Kinnabur Cinnabur Cinnabur das Zeug wo so gut ein äh Ding durchläuft für die Geomette ah ok war das sogar ich weiß jetzt gar nicht mehr ich hab den Rausch wieder vergessen weißt du wie immer so ne Yu Yu Meta Farm baut um die zu haben brauchen wir erstmal Strom um die zu haben brauchen wir erstmal Strom ach so Jampa hat schon Strom in seinem Livestream gemacht ja super der kennt sich auch extrem was kann der? der kennt sich auch extrem ja der fangt ja auch gleich alles wir fangt ja gleich alles auf Energie und alles ja mir auch oder? ja klar weil wir farm erstmal äh so um Items ach so der farm das was er braucht und baut dann ok ach so und wir farm erstmal vor ja ok Paddy wo bist du? äh hier mit welchem texture pack spielst du eigentlich? ja hier ja mit welchem texture pack? äh grad mit gar keinem ich könnte ich könnte ich könnte mal wieder äh felsvoll reinballern ich hoffe ich hoffe dass es klappt als ich hab natürlich das Fax mhm ach du scheiße weil ich finde es einfach gar oh mein Gott aber du glatt hast ne Schlucht oh mein Gott gehst du rechts und nicht links oder? warte wo du erstmal oh Gott ey jetzt hängt dies kack manchmal wegen dem scheiß Dektionpaket auf er sich abschmiert ne? dann lache ich Lava 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 so ah es hat schon mal was getan und es hat funktioniert 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 äh ja ne ach von da oben versucht das kleine wie ich wo 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 denn wo denn hihihi da oben hä wo oh lol oh lol hihihi na im Faxbook schau all als aus wie eine Stiers echt ja aber das ist Pin waaaaah ja ja geh zurück geh zurück geh zurück geh zurück ich in die andere Richtung ja schaut mir sicherer zu sein ja wer ich vielleicht auch dafür n ich hab mir doch nicht ich wusste doch nicht ja weil ich will wenn du in einmal in der Schlucht bist dann kannst du wahrscheinlich den ganzen Inventar vollfahren und so auch von einmal in Schlucht das meinte ist wie da was bildet ist mögliche schon ich habe einen Block gesetzt ob ich nicht das setzen wollte Wasser ich bin hier schon ich habe keine Sorge ja finden finde ich gut so ein bisschen Licht Aua oder falls sie auch wenn wir gerade vom Texture Pack geredet haben falls sie auch irgendwie andere Texture Packs haben die auch hier mit ähm feed the beast feed the beast unleashed kompatibel sind was ich jetzt Entschuldigung ich hab fast in Lava reingerannt ich hab das so aufgebaut und komm einfach mal Lava daher alter Alter mein Herz so viel zu du stirbst nie tu ich auch nicht nur knapp davor also mit Texture Packs waren wir nicht so normale Texture Packs wo man so gleich im Launcher downloaden können weil die sind alle langweilig ja eben sondern einfach so weil ich glaube es fachsisch ist so gut wie mit allen Minecraft Mods kompatibel ja also über was weiß ich was es da alles gibt also feed the beast AAH wo bist du du kackfisch alter wie du rumschreien bist was weiß ich ich hatte immer so ein ganz krasses Echo bei mir? ja nö bei mir nicht nicht nein erst mal ein Lava vorbei la 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 so lol da ist wieder so ein Bienenstock uh ich hab fast nichts jetzt zum Essen ich hab noch 16 lol dann brauche ich mich jetzt hier hoch so mit normal machen können dass einer unten farmt und einer oben egal machen wir jetzt so unfällig so würden sich die da werden sich die anderen freuen wenn hier die ganzen Höhlen schon yo ausgefarmt sind so so toll ich muss auf die Zeit an dass wir nicht zu viel aufnehmen ich hab ein Spawner komm zu mir ich hab ein Spawner echt ja konnte ich meine Daarom das hat wir na ja da ich komme wo bist du der sich hier der bis glücklich ich sehe ich sehe mich bei dir alles dunkel ist da oben oder bist du um ein Oben ja ich bin oben ich da hochkommen Na, meine Crowball ist im Arsch. Dann die was? Ja, meine, mein Schwert. Ach so. Lol, lol, ich höre nur Skelette. Ja, ich schlack gerade mit meiner Spitzacke drauf. Okay, warte, 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 warte. Lass dich, fand ich zu viel Zeit, ne? Ja, ja, ja. Ui, ui, ui. Ich kann mich nicht hoch. Warte, Eisen mitnehmen. Ich kann das Eisen, ich brauch jetzt eine Hilfe. Ja, sofort. Leucht das Ding aus, sofort. Baut, mach ich sofort, nachdem ich das Eisen hab. Gott, dann lechert eben die Kiste aus. Ja, mach das. Aua, aua. Aua. So, bevor ich mir jetzt einen besseren Helm. Komm. Ne, die brauch ich nicht. Nur ausleuchten, die brauchen wir später noch für... Ach so, oh, 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 okay, gut. Hast du den markiert, oder? Äh, warte, nein, mach ich schnell. Warte, ich markiere auch, oder? Ja, ja, es geht. Okay, warte, ich markiere ihn als XP. Äh. Waypoint, New Waypoint. XP. Die Kisten können wir gebrauchen. Die Kisten können wir gebrauchen. Wow. Fertig. Ja, nochmal. Ich nehm die Kisten mit. LOL. Jetzt ist schon wieder... Okay, bis gleich. Und damit willkommen hier nach diesem mal wieder Fiete-Biest-Absturz zurück. Hat ich immer noch dabei. Ja. Gut, was haben wir denn hier, warum hast du, warum stand ein Helm drin? Ja, weil ich den reingerichtet, weil ich einen Stahlhelm habe. Hä, wie ein Stahlhelm? Ja, da war eine Kiste drin. Macht der mehr? Äh, ja. Wie viel, wie viel Rüstung hast du denn jetzt? Höh. Noll. Der macht nix mehr, oder? Äh, doch nicht. Pott, 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 Pott. Ja, komm, ich mach. Äh, hast du Holz oder sowas dabei? Oder gib mir das, gib mir ein zweites Schwert. Ich hab kein zweites Schwert. Willst du dich erst ein zweites? Nein, ich hab keins. Doch. Du hast einen Zint auf dem Rücken. Ich hab echt nur ein Schwert. Hä, lol. Das ist aber eins in der Hand und du hast eins am Rücken. Äh, ich hab aber echt keins, ohne Witz. Okay, warte. Ich hab ne Idee. Du hast schon ne Axt. Äh, die hab ich zu Hause liegen lassen. Äh, oder? Ah, nee, die ist im Lager unten. Nee, ist egal, ist egal. Wir bauen hier einfach mal kurz zusammen vier Holz ab. Ich hab... Warte, ich hab schon sechs. Pass auf hier. Jetzt mach ich dir ein Eisenschwert. Ich bräuchte aber auch irgendwie noch eins. Hm. Und was kann man alles ein Eisenschwert machen aus dem hier? Nein. Nein, komm. Komm. Boi. Noch mi Skelette, oder? Komm, jetzt, jawohl. Boah, ich hab mir jetzt irgendwie frei halt... Ich hab schon wieder einen Spawner gefunden. Echt, wo? Aber ein Spawner. Ein giftigen Spawner. Oh nein, oh nein. Beeil dich, komm her. Ich glaub, wir brauchen Strings, oder? Uah! Das ist Strings. Jodi. Was? Ich hab angegriffen, als du dich gemerkt hast. Wo denn? Wo, 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 wo? Da, 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 da. Mach Fackel. Da haben wir Strings. Okay. Gut, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass wir nicht zu viel aufnehmen. Ja. So, hab ich glaub in den letzten Augen haben wir auch schon gesagt. Ja? Ja. Irgendwie. Oder hast du beim Ding auch schon oft gesagt. Beim, 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 beim. Beim? Bei der, bei der Adventure Map oder nicht? Nein. Bei der Adventure Map haben wir einfach drauf losgelegt. Jetzt? Ich glaub nicht. Naja, eigentlich schon. Nicht egal. Hast du dich jetzt da durchgekämpft? Ich mach halt eben alles weg. Ich hab auch noch so ein hässliches Backpack gehabt. Ach so, okay, ähm. Ja, du könntest mir auch, du könntest mir auch Nummer eins machen, weil ich sammle ja alle Ärzte, oder wir machen beide uns Nummer eins. Ach fuck, da brauchen wir Wolle. Ja, auf Strings kann man Wolle machen, Freunde. Ach so, wie viel braucht man da? Hey, wake up. Loll. Hier. Gebt mir einfach das Zeug, ich mach dann. Ich werd erst mal Ärzte abbauen. So. Boah. Ah, Wasser. Warum erschreckst du dich vor Wasser? Ich bin gleich level 30. 20, wo wir so hingerannt. Wollt ich irgendwo abbauen? es soll nur die sachen bitte die strings und das zeug sind sofort zeugt er mit die bauern kann eine werkbeinche oder so wäre vielleicht auch mal schlecht und eisen werkbeinche ist hinten und eisen habe ich gerade nichts müssen wir braten auch stimmt, das habe ich ja in die Karte wir braten einfach kurz mach immer schnell zu wo habe ich ein eisen? Eisen habe ich hier ich muss noch Holz sammeln ach so, ja ja klar, mach erstmal mit Kupfer zu ja ich habe gerade nichts anderes da ja 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 ja